Heilige Maria, ich wollte den Tanzwettbewerb gewinnen. Da bräuchte ich jetzt ein Zeichen. Hau! 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 Jesus Maria und Josef. Alles sicher! Letztes Jahr sind zehn Familien von der WIG gezahlt. Machst du das nicht einmal anders überlegen? Nicht für viel Geld. Ohne Highspeed, keine Marienzelle. Wenn wir das Cabi wollen, dann müssen wir das selber zahlen. Dann verlegen wir uns das Cabi einfach selber. Sind ja nur noch ein paar Kilometer. In Josefskirchen gibt es einen Tanzwettbewerb, da kann man 10.000 Euro gewinnen. Wer macht mit? Also nicht wie tanzen, ein Dorf retten, so ein Schmarrn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich mach mit beim Tanzen. Du bist eine alte Schachtel, was willst denn du tanzen? Ihr braucht euch für nicht mehr so anzustrengen. Ich dreht auf. Ich will Telefon setzen. Robby, beruflich längst umorientiert. Auf was bist du ein Schaf, Willi? Ein Streich- oder Leckwurst? Nein, ich möcht bloß ein Lieberkast in mich. Super, was brav! Violet, die Marmalade! Die klaut uns unsere Nummer. So eine Fotze. Immer schön PC, auch wenn's grad scheiße läuft. Ich hab halt einen Mega-Ständer. Nein, Dr. Hober, das mag ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Der Willi liebt mich nicht mehr. Ich stehe in der Blüte meines Lebens. Also das mit dieser Liebesthematik, das werden wir jetzt langsam zu voll. Ich sag mal, läuft da was zwischen euch? Nein, das ist sowas von far away. Du hast das falsche Polier mit einer Karte! Ich freu mich schon aufs Altersheim. Da nehm ich mein Einzelzimmer. Ria Lady Marmalade!